Hallihallo und willkommen zurück, wie immer. Wir haben uns nicht weiter fortbewegt. Und ja, unsere Flucht aus der Fluchtkapsel nahm kein gutes Ende. Und der Stross rückt der Ellie im Moment ganz schön auf den Pelz. Oh oh. Ah, die Kammer ist leer und hier liegen welche. Also, ich weiß nicht genau. Oh oh. Müssen wir jetzt geradeaus durch, okay. Hier kommen wir nicht rein. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, das war mir klar. Man ist hier nicht allein. Na, guckst du um die Ecke? Wollte doch schon sagen. Langsam kennt man die Viecher, ja? Und, ähm... Ich hatte ja... Oh 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 oh. Der war nicht gut, der war nicht gut. Hau ab. Da Lusch hat noch einer. Die rollen. Was ist los? Trauen die sich nicht, oder was? Oder war es das schon? Durch die Explosion irgendwie. So, hier muss ich wieder was... Also irgendwas geht da ab. So, ich glaube, jetzt geht es hier weiter. What? Wow, 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 was kommt da runter, ey? Guckt euch das an, ey, es ist ja Wahnsinn. Aber ich muss auch ehrlich sagen, solange wir die Viecher, die sich immer wieder zusammengesetzt haben, nicht kommen, die haben mir doch wirklich ein bisschen mehr Angst gemacht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Knoten ist immer gut. So, da bin ich immer gespannt. Ja, erste Hilfe bräuchten wir jetzt eigentlich nicht. Ich versuche mal... Wir haben vier Stück. So, wir entfernen mal diese Munition. Wir haben genug Munition von der anderen. Ich hoffe, das ist jetzt keine... Ups, sorry, keine Falschaussage. Aber hier ist ein Shop. Mein Gott. Sag das doch gleich. Dann entledigen wir uns... Laserkanone zugefügt, okay. Entledigen wir uns erstmal wieder einigen Sachen. Und dann... Ja, Munition, sag ich mal einfach, ne? Zack. Das soll erstmal reichen. Speichern tun wir noch nicht. Genau, kommen wir hier rüber. Wolltest du mich gerade anspringen oder was? Es wird auch typischerweise wieder immer dunkler. So, du bist eine kleine Einheit. Naja. Okay. Oh, nö. Da hinten sind noch Kisten. Ach gut, da müssen wir auch hin. Gut. Oh, Mann. Das sieht doch schon wieder so aus, als wenn was von oben kommt. Und die Tür ist verschlossen. Eine Energiestörung. Da unten. Okay. Hab ich schon mal gesehen. Gehen wir jetzt mal hin, gucken wir uns das mal an. Na klar. Und hier fetzt es mich gleich wieder weg. Die nehmen wir noch mit. So, dann gehen wir jetzt mal nach unten. Gucken wir uns das mal an. Gut, das dürfte er nicht überlebt haben. Oh, ho, ho, ho. Hier geht ja ein bisschen was zur Sache hier. Aber es scheint genügend Munition da zu sein. Ja, komm mal runtergelaufen. Genau. Komm mal ruhig runtergelaufen hier. Na. Ja, ich arbeite natürlich wenig mit Stase. Also ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung. Hat sich nicht ergeben. Und wo muss das jetzt hin? Oder muss das überhaupt hin? Ist das... Sieht kaputt aus. Das heißt, hier ist irgendwo noch eine intakte... Ich suche sie gleich mal. Als wenn ich es gewusst hätte, oder? Habe ich aber nicht. War bloß was Blaues, was man öffnen kann. Ach, Leute. So, die brauchen wir natürlich nicht. Hier ist doch immer noch was, oder? Ja. Okay. Ah, von hinten. Von wo? Von da? Ach, da. Okay. Und ich kann schon mal nicht schneller laufen, wenn ich immer dieses Etz-Zeug hier... ...habe. Nein, nehme ich nicht mit. Da kommt noch was. Oder? Ja. Ich möchte mal was ausprobieren. Okay, es geht nicht. Zumindest nicht so wirklich. Dann können wir auf jeden Fall jetzt hier weitergehen. Achtung an alle Schichterfeindern. Merken Sie sich, der Standort der nächsten Überlebenskamera macht. Bei einem Einsturz sind Sie Ihrer einzige Hoffnung oft überlegt. Aha. Hier ist eine Speicherstation. Los, auf geht's, auf geht's, auf geht's. Boah, jetzt geht das hier noch nicht rum. Das geht ja wohl gar nicht. Was bist du denn für einer? Oh, wo zieht er mich da hin? Oh, nein, 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 nein. Ellie hat gelogen. Sie wird nicht helfen. Aber sie, Isaac. Sie werden sie nach Schritt 3 sehen. Isaac, er ist weggelaufen. Tiefer in die Minen. Ich habe hier auch ein paar Probleme. Bringen Sie sich in Sicherheit. Ich muss erst mal den Scheiß hier loswerden. Gut, das sieht gut aus. Boah, guckt euch die Anlage an. Ich meine, ich kann sie nicht lange zeigen, aber... Das ist irre. So, wo müssen wir hin? Ich bin ein bisschen verwirrt. Ein bisschen verwirrt. Ich muss da rein. Gut. Ich bin mit Sicherheit tot, wenn ich da so einfach rein... Das sind Laser. Gucken wir uns diese Laser mal an, ob man die hier irgendwie ausmachen kann. Irgendwie kann ich hier gar nichts, glaube ich. Oh, Mann. Wo bin ich überhaupt hergekommen? Gut, das habe ich schon mal hingekriegt. Das ist gut so. Jetzt gucke ich dann noch mal. Ja, wir scheinen da rein zu müssen. Und diese Laser stören. Ich bin im Moment noch ein bisschen überfragt. Und gucke mir die Sache hier gerade mal so ein bisschen an. Muss man sie vielleicht wieder bewegen? Ich gucke einfach mal hier in der Aufgabe. Diese Minen sind anders und von der Titanenbahn übrig geblieben ist. Der Regierungssektor war in diesem Felsen direkt über den Hain gebaut. Dort sind jetzt Tide-Man und die Maker und dort muss ich hin. Ja, super, super, super. Ich muss Ellie finden. Schnell, Strauss geistiger Zustand. Ja, ja, die greniert immer weiter. Er könnte eine Gefahr für uns alle werden. Ja, das ist er ja, glaube ich, schon. Ich bin im Moment noch so ein bisschen überfragt, was wir hier machen können. Machen müssen. Hier ist auf jeden Fall so ein Teil. Und hier ist auch eine Luftstation. Hoch, 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 komm. So, dann bin ich mal gespannt. Ich nehme jetzt einfach mal dieses Teil und gehe damit mal hier hinten ran. und probiere einfach mal, ob das Ding jetzt hier irgendwie dann explodiert oder so. Okay, es explodiert schon mal nicht. Aber, ähm, diese Dinger da gehen weg. Ja, man, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, ne? Ich brauche immer ein bisschen mehr Zeit. So, wo ist jetzt der Strahl? Genau. Das Ding. Das kommt da ran. Ups. Genau. Und jetzt wird's aktiviert und fährt weg. Und jetzt können wir da auch rein. Das hier mit dem Kopf, wenn man mitgehen muss. Okay, wir haben noch 70 Sekunden. Das müssten wir eigentlich schaffen. Manu, komm. Wunderbar. Austritt Vakuum. Ellie, ich bin wieder drin. Wo sind Sie? Wo ist Ross? Ich bin jetzt in Sicherheit. Aber er hat sich verirrt. Ich glaube, er kommt auf Sie zu. Ich habe etwas gefunden, das Sie sich interessiert. Hier ist mein Standort. Beeilen Sie sich. Ich bin nicht wirklich in der Lage zu kämpfen. Ich komme so schnell ich kann. Bleiben Sie, wo Sie sind. Natürlich komme ich so schnell, wie ich kann. Die scheinen alle tot zu sein. Wir machen eine kleine Pause. 20 Minuten fast rum. Schon fast zu lange, aber es ging ja nun mal nicht anders. So, wir werden hier speichern. Eine kleine Pause machen. Und ich hoffe, ich sehe dich dann wieder. Schönen Dank fürs Zuschauen. Und bis dann. Tschüss.